Ach, du bist noch gar nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Uh, durchatmen. Es waren zwei dann doch. Ah. Okay. Bin ich auf die Tabulator-Taste gekommen? Scheint so. Mit der Tabulator-Taste stelle ich die Kamera nämlich von links nach reeeechts. Also hier von links. Ich sollte gerade ein bisschen weniger mit der Kamera spielen, wobei ich hab's mir echt angewöhnt, dass er da steht. Weil ich das eben jetzt auch schon so lange so rumspiele, kann man das so sagen? Ein Generator. Nein, nein, nein. Ich mach es anders. Nein, so, so und so. Booyah! Achso, das ist meine... Ich drück so oft die falsche Taste. Ich drück so oft, ähm... R... Ich drück so oft E für Aufnehmen. Und möchte eigentlich R für Nachladen drücken. Nee, da ist nur noch... Wand! Okay! Dann muss ich mal ein bisschen nach hierhin laufen. Und was fällt da runter? Nein! Nein! Ich mach mir das jetzt einfacher. Ich hasse diese Gegner. Ich weiß nicht gut, wie ich gegen die ankommen soll. Okay, einen der beiden hab ich immerhin schon mal. Wow! Oh! Oh! Ganz langsam Junge, ganz langsam, ich geh auch, vor allem ich geh, ich trinke nochmal einen Schluck. Da müsst ihr jetzt durch, könnt ihr euch diese schöne Musik deswegen dafür da rum anhören? Die ich gerade irgendwie hoffe, dass sie aufgenommen wird. Bumm, 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 bumm. Und dann geht es weiter. Was auch immer gen... Wo ist der zweite? Da bist du. Wir gehen langsam, die Leuchtfackeln aus. Auch hier drin sind es auch noch zwei. Es sind eigentlich immer zwei Gegner gewesen. Das ist gemein. Mein. Achso, ich habe keine weiteren Munni mehr zum... ...laden. Da leuchtet was drin. Da leuchtet was drin. Okay. Der ist los. Auf die Idee mit den Blendgranaten hätte ich vielleicht auch schon mal kommen können. Hier ist Wand. Da ist das nächste Objekt. Also. Toll. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was jetzt hier so wirklich los war. Ich habe nur bum, 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 bum und... An, an, an und, an. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und ich arbeite ja lieber gerne erst mal mit dem Revolver. Achso, da hoch muss ich. Dann will ich doch auch mal da hoch. Achso. Ich finde es ein bisschen schade. Ich höre nur, oh Mist. Ich höre, dass irgendwas runterfüllt. Aber ich sehe es nicht. Aber das hätten sie ja dann auch fokussieren dürfen. Wenn dann... Ist da was drin oder ist das nur der Busch? Ähm... Ja, danke. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich da hochgehen möchte. Okay. Und einen schönen Spießroutenlauf. Einmal nach links und einmal nach rechts und einmal nach links und... Aua. Jetzt habe ich auch mitbekommen, was mich beim letzten Mal so wehgetun hat. Äh, was da alles... War da Schmiere? Ja, da war Schmiere. Was da alles schon in Codron Lake gesehen hat. Das ist ja mal... Echt eine Menge, was da alles schon drin war und... Ja, mit... Mit was die uns da allen... Hier noch ein paar ex해야, wo... Und jetzt mell ant das Wissensweren zu sprechen und geht dazu. Ja. orianische Wissensweren zu erschien. Ich werde mich beim nächsten Mal... Nein. Ja.